Schauen wir uns die Gegend erstmal an. Ich weiß nicht genau, welche Schwierigkeitsstufe das Ding hat. Ich hab gar nicht drauf geachtet, muss ich ehrlich sagen. Okay, das ist auch Isila-Gebiet. Es gibt einige. Ein Trompeter nenne ich ihn mal. Zwei Trompetenleute. Ein Horntrötteil. Gefangene. Die haben sich schon einen guten Punkt ausgesucht für ihren Posten. Die wissen schon ganz genau, was die da machen. Den können wir nicht einfach so aus der Luft pflücken. Okay. Das dürfte nicht ganz so einfach werden, glaube ich. Das gefährlichste sind die Trötenleute. Das wollte ich nicht. Nee, das wollte ich. Ganz einfach, weil die Trötenleute halt Verstärkung rufen können. Ich weiß nicht genau, wie gut unser kleines Säbelzähnchen im Schleichen ist. Wir versuchen es einfach mal. So, der Fisch da. Wenn wir ihn ausschalten, merkt das also niemand. Das muss aber ein gezielter Schuss sein, der wirklich sitzt. Das war kein gezielter Schuss, der saß. Okay. Das lief nicht so, wie es laufen sollte. Okay. Pass auf, mein Kleiner. Wir schaffen es trotzdem noch. Die haben so kleine Köpfe. Können die nicht größere Köpfe haben? Das wäre mir eine große Hilfe. Das reicht es. Mach du das. Sehr gut. Er kommt immerhin sofort zurück. Das finde ich gut. Wir haben ja noch ein paar von den lustigen Bomben. Kopfschuss. Naja, fast ein Kopfschuss. Kann man auch als einen zählen lassen. So. Das war sch- nein, das war schlecht. Scheiße. Das war sch- nein, das war schlecht. Scheiße. Die feinen Isilas natürlich mit ihrer besonders tollen Sprache. Oh, ihr wisst doch gar nicht. Okay. Also anders. Hallo, Leute. Hallo. Hallo, du musst doch vorkommen. Was bist du für ein Betrüger? Au. Ah, scheiße. Ich brenne natürlich. Wie es sich gehört für mich. Hilfe. Äh. Guck mal. Überraschung. Fängt nicht an zu brennen, alles klar. Tidri tot aus. Ja, ess erstmal selbst. Genau. Bitteschön. Okay. Essen. 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 Und wir haben es trotzdem geschafft, auch mit Komplikationen. Sehr schön. Der erste Visila-Stützpunkt. Peischka-Fluss. Müncher-Bevölkerung erhöht und 5 Wunderwegspiel. Die haben aber extrem coole Masken. Ach, gehört zu uns. Gut, da brennt das Dorf jetzt vielleicht noch ein bisschen ab. Ach, deswegen wahrscheinlich... Scheiße, ja. So, damit haben wir hier aber wieder einen Schnellreisepunkt. Ja, gefangene Worte getötet, habe ich gemerkt. Dieser Fisch. Okay, wir haben diesen Schnellreisepunkt. Das heißt, wir können jetzt erstmal zurück... Oh. Da sind mittlerweile so viele Punkte. Vielleicht sollte ich da mal den Filter anmachen. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Okay, wir haben da nämlich einen Filter auch bei der Karte, habe ich vor einiger Zeit gesehen. Aber noch niemals benutzt. Kurz nachdem die Windja das Land betraten... Ja, schön, dass man das fertig lesen konnte. Was haben wir hier so drin? Das können wir mitnehmen. Das Zeug ist voll. Das nehme ich mal. Und das nehme ich mal. Dankeschön. Und das nehme ich mal. Da. Okay. Danke. Danke. Ah, sieh. Dachs fällt. Ja, nicht so. Dann, wo baut denn jetzt die neue Frau? Da baut die neue Frau. Hallo. 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 Ich weiß noch nicht genau, ob ich sie mag. Irgendwie ja, aber irgendwie auch nein. Meisterjägerin, alle freuen sich. Allgemeiner Jubel. Schleuder, Langbogen und Jägerfähigkeit. Auf den Langbogen freue ich mich tatsächlich mit am meisten. Ja, erstmal schnell den Hirsch häuten, auch wenn es nicht meiner ist. Und was? Auch hallo, Bruder. Warum juckt mein Fuß plötzlich so und warum steht hier der Typ mit einer Quest? Mal reinzoomen. Dorfmissionen, rede mit Mano, rede mit Dorfbewohner. Cool. Warte mal, Filter. Okay, ich dachte, wir können vielleicht eine Sache direkt rausfiltern, dass die Köpfe hier nicht mehr angezeigt werden, aber das geht nicht. Handwerk, da will ich ja eigentlich noch hin. Schleuder, das ist cool, Tierhaut. Und einen Langbogen, aber da brauchen wir noch ein bisschen Nord, oh, ein bisschen sehr viel Nordschwarzstein. Der Langbogen ist so langsam verursacht, jedoch höheren Schaden. Hat einen verbesserten Zoom für unerreichte Langstrecken-Treffsicherheit. Mal sehen, was hat sie denn zu erzählen? Schleuder, da kann sie denn anschauen? Wann die wir noch haben? Unter Tag. Ach so, was hat sie denn gefällt mir? Dann schweigst du dich so. Gut, du fassst du dich? Du bist wahr, du dich nicht. Du bist wirst, du dich nicht. Der Großelf. Ja. Ach, ich dachte, die sagt nur irgendwas. Was brauchen wir, um weiter zu verbessern? Südstein, Staub, Südhorn, Südstein. Hm. Bevölkerung hätten wir schon geschafft. Hallo. Boah, nicht sehr gesprächig. Schön, wie das Dorf langsam wächst. Es wird langsam richtig groß. Guck mal, überleg mal, am Anfang hatten wir nur die kleine Höhle da oben. Dann hier so ein Stückchen. Warte, ich gehe mal nach oben, dann kann man sich das besser nochmal anschauen. Wir hatten tatsächlich zuerst nur diese Stückchen hier. Hier nur so ein paar ganz kleine Häuserchen. Und dann kamen hier immer mehr dazu. Da fehlt uns immer noch Mammuthaut. Boah, das ist schon cool, wie das hier sich alles so entwickelt. Richtig schön. Und wie sich das alles hier weiterentwickeln wird, das werden wir in der nächsten Aufnahme, in einer neuen Folge, wahrscheinlich, oder, naja, auf jeden Fall in einer neuen Folge, äh, in einer neuen Aufnahme sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich höre Trommelgeräusche. Können wir hier noch irgendwo fröhliches hingehen? Ah, hier unten. Hallo, meine Freunde. So, bei ihrem schönen Gesang. Hier werden wir uns verabschieden. Ja. Und ich hoffe, du bist in der nächsten Aufnahme, wenn wir weiter unser Dorf vergrößern. Ja. Und unser Dorf vergrößern. Und die bringt mich voll raus. Ich muss doch weg von ihr. Nein. Wenn wir das Dorf vergrößern und wenn wir nach und nach immer mehr Tiere zähmen, was ja mittlerweile nicht mehr viele sind, die wir brauchen. Wie viel? Kann ich hier gar nicht nachgucken. Okay. Hallo. Oh. Schreit einfach durchs ganze Dorf. Okay. Hier, gehen wir... Ich nenne mich immer noch Pissemann. Hahaha. Palu-Win-Jaf. Maigan ist jetzt da guarnisch. Da guarnisch. Da guarnisch. Okay. Also, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache jetzt endlich Schluss. Es macht voll Spaß, hier im Dorf rumzulaufen und einfach mit den Leuten zu reden. Aber es wird spät. Man merkt, ich werde immer immer noch leiser beim Spielen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Und bis dahin hieß... Verdammt, was hieß Tschüssler? Ich habe wieder vergessen. Smarker? Smarkata? Verdammt. Ich habe keine Ahnung mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Far Cry Primal im urzeitlichen Orus in unserer wunderbaren Höhle. So. Ähm... Wir sind wieder hier. Far Cry ist ein paar Tage ausgefallen, was mit an den Osterfeiertagen jetzt lag. Und ich bitte gleich mal vorab zu entschuldigen, falls diese Aufnahme vielleicht nicht die... Naja, falls es eine noch schlechtere Qualität als sonst eventuell hat. Ich bin nicht an meinem üblichen Aufnahmeort und hier ist alles mehr so... Naja, ein bisschen provisorisch eingerichtet und aufgebaut. Und bei provisorisch liegt die Betonung nicht auf Profi. Natürlich. Gleich mal wieder angebrannt. So, wir sind hier. Es gibt neue... Gab es neue? Ich weiß gar nicht. Lass mal sehen. Tierfett. Treibholz. Nehme ich mal mit. So, was haben wir hier? Feuerstein. Äh... Wir gucken auch gleich mal. Brauchen wir Knöchen? Ja, komm, nehm mal mit. Das haben wir voll. Das haben wir voll. Okay, hier haben wir noch Schiefer. Ich wollte gerade sagen, wir schauen mal, was wir brauchen, um das Dorf zu verbessern. So, jetzt, wie bin ich gerannt? Ach, so. Ach, guck mal, die brauchen jetzt hier alle Hilfe. Winja, Brashta. Ach so, total gut. Puffy. Der Faulfluss. Okay, der Fluss macht die Winja also krank. Moment. Ist wahrscheinlich irgendwie was oben im Fluss gestorben oder so. Ja, was auch immer. Es sieht mittlerweile wirklich richtig schön aus im Dorf, ne? Es wird langsam alles richtig schön groß. Das gefällt mir. Ach, das ist ihre Höhle. Wie hießen wir bei ihr? Ich hab's vergessen. Redest du mit uns? Nö. da braucht man Süd-Ahorn, Südstein, Südsteinstaub und den Rest haben wir schon. Da ist noch wer, der was von uns möchte. Oh, jetzt fängt es draußen gerade voranzurechnen. Geistertotem. 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 Okay. Also, einmal der Faulfluss und einmal verschwundene Windras. was? Äh, so, Moment, ich wollte aber noch Handwerk. Achso. Wir können, wir können, oh, wir können den Bogen verbessern. Das mach ich mal direkt. Yeah! Hey! Schneller schießen und nachladen. Das find ich toll. Äh, was ich aber eigentlich schauen wollte, bei dir ist der neue Langenbogen. Das find ich auch cool. Nordschwarzstein brauchen wir da noch. Winterkleidung. Da brauchen wir noch Wollsfell. Das wollte ich gucken. Okay, und diese zwei können wir noch nicht. Eine Schleuder. Da brauchen wir generell noch Tierhaut. Das sollte nicht allzu schwer sein. Eine Falle. Ach genau, wir haben den coolen Kletter, die, äh, Kletterkralle. Sperrgürtel. Das können wir nicht verbessern. Das auch noch nicht. Nö. Nö. Kapalsplitter. Äh, Kapala, nicht Kapal. Ich wollte gerade sagen, Kapal ist doch was ganz anderes. Das hier können wir noch machen. Einen Steinsplitter, den wollt ihr mal austesten. So, Fähigkeiten. Oh, wir haben vier Punkte. Hatten wir bei ihr schon geguckt? Ich glaube nicht, oder? Okay. Äh, ich habe keine Ahnung, ob wir es schon... Doch, ich glaube ja, Jägerblicktaschen können wir sehen. Ich glaube, das haben wir schon mal angeschaut. Pfeile herstellen, werden immer zwei anstatt nur eins hergestellt. Ich hoffe, mit der Aufnahme funktioniert alles. Vier Pfeile statt zwei, acht Pfeile statt vier. Tiere verbunden erhöht den Schaden, wenn deine Waffe bei Tieren anrichtet. Tiere markieren, das finde ich auch cool. Geringerer Fallschaden. Okay, der Fall hat uns eigentlich noch niemals getötet, glaube ich. Gegner markieren. Sind permanent. Und die Eule kann auch markieren. Jägerblickpflanzen, das ist eigentlich auch ganz cool. Da müssen wir aber zuallererst das hier machen. Okay. Nachladen im Sprint für Bögen, das ist cool. Und was haben wir hier? Bogentechnik. Verbessert die Stabilität des Bogens beim Ziel mit LT deutlich. Und bei ihm haben wir, glaube ich, doppelter Köder. Nahrungsboost. Okay, bei ihm haben wir schon geschaut. So, die Frage ist jetzt, was verbessern und, okay, keine Frage, leichter Sprint, glaube ich. Obwohl, wir machen eigentlich gar nicht ganz so viel Krach. Primitiver Heilung 2. Stellt bei der manuellen Heilung plus ein Heilungsbalken wieder her. Bis zu 3 können insgesamt wieder hergestellt werden. Endlos sprinten. Ach, ich weiß immer nicht. Was haben wir hier? Selten Rohstoffe. Häuten. Beutetakedown. Waffenabwurf. Eulenangriff 2. Mächtige Elite-Gegner töten. Ist natürlich auch toll. Nahrungsboost 1 ist hier die Grunddinge, die wir quasi lernen müssen. Okay, was auf. Ich mache jetzt nicht so lange rum. Ich lerne das. Ja. Und dann Takahasam. Und dann haben wir das noch übrig. Nahrungsboost 1. So. Ja. Pissemann, natürlich. So. Warte mal da drüben. Da oben hat noch jemand eine Aufgabe für uns. Die hören wir uns auch gleich mal an. Hallo, kleines Kind. Renn vor mir weg. So. Warte. Hier. Oben. Irgendwo. Ach Mann. Dämliches Feuer. Ach so. Das ist das. Das ist die Mammut-Geschichte. Machen wir erst mal eine Mammut-Geschichte. Auch wenn wir eigentlich den Fluss heilen sollten, aber okay. Mal sehen, was wir diesmal vom Mammut erfahren. Nachdem der Angry Bird weg ist. Mit unserer Familie endlich unterwegs. die Jäger jagen. Führe die Mammuts in Sicherheit. Mammuts am Leben. Fünf von fünf. Oh oh. Okay. Nein! Mammut! Oh oh. Kommen wir hier durch? Ja. Mama! Nein! Lass mich mal durch, Leute. Kommt schon. Lass mich durch. So, da ist noch einer. Kommt schon. Nein, da ist noch einer. Mach ihn weg. Mach ihn weg. Oh, da sind noch viele. Kommt schon her. So. Ist da hinten noch einer? Oh ja, da ist noch einer. Verdammt. Habe ich... Habe ich... Nein, natürlich nicht. Ich dachte, man kann gleich mehr erwischen. Kommt schon. Wir müssen es schaffen. Okay, da oben ist niemand. Ich wollte mal kurz gucken. Haben wir das geschafft hier? Ich glaube, hier haben wir es erst mal, oder? Wenn ich jetzt den Sammelruf mache, kommen die ja alle her. Ah ja, okay. Einfach, dass kurz alle hier sind. Alter. Aua. Bei den Mammutaufgaben bin ich mal ein bisschen ruhiger. Da muss ich mich echt konzentrieren, weil als Mammut ist es gar nicht einfach. Oh nein. Oh nein. Nein, ich weiß da schon, was passieren wird. Nein. Lauf. Okay, der ist gestorben. Auch ohne unser Zutun. Macht Platz, Brüder. Macht Platz. Vorsichtig. So, weg mit dir. Schubst den da hinten noch jemand weg? Ah ja, gut. Oh ja, der räumt da einfach mal weg. Nein, komm schon. Sehr gut. Das ist gar nicht so einfach. So, vielleicht hilft er uns, ja? Äh, wo sind die? Da ist niemand mehr. Okay, ich glaube, wir können weiter, oder? Ja, sieht gut aus. Die Herde läuft auch schon weiter. Ich gehe schon mal vor. Okay, ein Checkpoint. Das ist sehr gut. Ich hoffe nur, dass alle überleben von uns. Das wäre mir wirklich sehr am Herzen. Okay, noch irgendwo jemand? Alle noch da? Sehr gut. Okay, ich glaube, das war es hier. Hier waren es nur einige wenige. Aber ich würde gerne, dass die sich auch heilen können. Ah, da sehe ich doch schon wieder Blockaden. Oh nein! Nein, 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 da war eine Falle. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Hoffentlich läuft nur von der Herde rein. Aber ich glaube nicht, oder? Strengt euch an, meine Freunde. Wir dürfen nicht sterben. Kann man auf der anderen Seite noch hoch? Hm, keine Ahnung. So, den Typen einfach mal reingeschmissen. So, weg mit dir. So, sind noch alle am Leben. Da oben. Ah, Mann. Ihr seid wie eine Pest, ihr widerlichen Damen. Wie eine Pest. Sowohl für die Mammuts auch als auch für die Rangers. Hallo? Voll dran vorbeigesäbelt. So. Wadda. Wadda! 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 Wadda!